ja und da ist ja endlich die lego bestellung aus dänemark die pick a pick brick ja sehr gut viele bezahlen egal hier ist auf jeden fall die pick a brick bestellung schöner zungebrecher aber immer gerade ein bisschen bescheuert spricht und ihr habt gesehen ich habe schon aufgepackt 44 normale tag hat jetzt gedauert durch die feiertage neul jahr und weihnachten und so weiter und so fort ging es jetzt halt ein bisschen aber ja so ist halt mal und ja eigentlich sind es 31 werktage gewesen und schaut ja mal hier 80 von den gelben dinger 6 euro 40 was hast du da gemacht philipp aber der rest lief eigentlich ganz gut bis auf fünf bis sechs teile habe die teilemenge nicht gestimmt also das war es auch schon mit dem video lasst gerne like und abo da ciao